Wir sehen weltweit das zweite Land, das schon so frei am Jahr an sich all seinen Ressourcenverbrauch hat, beziehungsweise wird auch nicht nachhaltig werden, wenn wir über Klimaschutz schützen, CO2-Emissionen sind ganz heiß. Und dafür ist natürlich das heute ein rasches Modell. Aber das ist ein Modell, wo wir uns darin orientieren können, dass wir nach viel Führung aussehen, wenn wir mehr nachhaltig gehen wollen. Aber wenn wir die Mitten von unserem Planeten besser respektieren wollen.